A Plague Tale. Innocent. Ich warte. Ja, und das kannst du auch noch ein bisschen was länger. Willkommen bei der Deutschen Bahn. Du musst dich anschleichen. Ja, ach. Ach so. Was meint der, was ich gerade hier gemacht habe? Denkt der schon gut an? Oh, aber der hat richtig dicke Klöten. Nehmen wir nochmal einen dicken Klöten, Johnny. Oh, die haben richtig dicke Klöten, ne? Aber vielleicht haben die deswegen so dicke Klöten. Weil hier kein Webby des Schweines. Ja gut. Nichts zu berichten. Nichts zu berichten. Ich habe keinen Po gesehen. Oh, jetzt werden sie... Oh. Uh. Ah. Uh, tut schon weh, dabei zuzugucken, ne? Ich glaube, als der klein war, wollte er auch mal Fußballer werden. Oh, die hält aber auch gut was weg, ne? Oh, nein. Mama, hilf mir. Mama, hilf mir. Die hockt da weiter, denkt sich so, ey, ist okay. Take them. Kann ich sehen, was es war. Nein. Nein. Lauft. Oh, nicht schon wieder. Nein. Nein. Ups. Ey, du, da oben. Bist du ein bisschen doof? Ey, wir haben sogar Zuschauer. Wie geil. Ich bin famous. Tja. Victory. Wie lahmarschig bist denn, du? Mach doch jetzt einfach mal hinne. Wirf den da drüber und dann hinterher. Dann machst du. Äh, okay. Fuck off. Warum? Ihr Schweine. Ich mach jetzt einfach hinterher. Komm mit. Was meinst du, was ich hier gerade mache? Gut gemacht, Arthur. Vor allem gut gemacht, Arthur. Als ob der das hört. Kurz mal rüberschreien. Gut gemacht, Arthur. Mach weiter so. Wir haben nichts mitbekommen. Was ist, wie wärst du so freundlich? Wärst du so freundlich, mir beim Clown zu helfen? Das wär super. Ich bin's, leid wegzulaufen. Ich bin's auch, leid wegzulaufen. Mach'se platt, Jung. Tschüss. Pisa. Da, fang. Mit den Zähnen. Ja, dankeschön. Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Das war der Plan. Putz. Ins Gesicht. Und da gibt's nochmal eine. Oh yeah. Oh shit. War das brutal. Nicht ins Gesicht, nicht ins Gesicht. Ah ja. Als ob du das nicht auch gerne hättest. Bitte. Bei mir muss ich immer ein bisschen aufpassen, ja. This is my money maker. Oh. Moment, ich werb dich kurz durch Fenster. Kannst du von innen dann aufmachen? Ich sag mal so, wenn ich Ugo durchs Fenster geworfen hätte, wäre lustiger gewesen. Aber okay. Schön hier. Und es riecht nach Erde. Kann ich gleich mit dem Kopf nach unten drücken. Dann riechst du nochmal ganz genau, ob das nach Erde riecht. Hier, Weißdorn. Keiner mag ihn, weil da Dornen dran sind. Darf ich dir das mal an den Kopf stecken? Klar. Schwedisch muss festhalten. Wiek, wiek, wiek. Wenn ich nicht runterrutsche. Alter, da gerät er in Panik, wenn ich mal kurz weg bin. Alter, das ist schlimmer als ein Hund. Dann bist du zwei Minuten weg, dann wedelt er schon mit dem Schwanz oder was? Der ist ja nicht nur unnütz. Der ist ja auch noch kontraproduktiv. Das ist für meinen Vater. Wow. Äh. Machst du das oft? Nein. Aber langsam macht mir das Spaß. Ah, ah, ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Oh, Jungfrau? Oh, Rodrik. Du bist aber ganz schön stark. Können wir dich behalten? Oh. Gehst du häufiger ins Fitnessstudio? Mhm. So strong. So richtig strong. Ah, ah, ah. Habe ich die jetzt echt beim Vögeln abgeschlachtet? Das tut mir jetzt echt leid. Ich dachte, da wäre irgendwas. Wofür kann ich die jetzt da ablegen? Ich kann ja nicht mal um... Oh, shit. Äh, sorry. Uh, du wärst fast aufgegangen, mein Freund. Du, ich bin da. Du kannst die Fresse halten. Oh. Nein. Doch. Weg. Weg, 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 weg. Lauf doch schneller. Ich kann nicht mehr laufen. Oh. Även. Was? Was? Sie bleibt einfach stehen. Die macht Spaziergang, macht die. What the fuck is wrong with you? Was? Bück dich doch. Warum bück dich? Alter. Ich hatte einfach keinen Bock, sich zu bücken, ne? Solche Frauen habe ich ja gern. Ah. First try. Victory. Okay. So schon mal gar nicht. Ich wollte euch nur noch mal zeigen, wie es nicht funktioniert. Just by the way. Okay.